Wir waren von der ersten Minute an viel griffiger, viel aggressiver als Nordstedt, verdient 4-1 gewonnen, auch von der Höhe. Hätten vielleicht ein, zwei Tore mehr machen können, aber man kann auch mit 4 Tonnen zufrieden sein. Ich denke, wir könnten zufrieden sein mit den ersten 50 Minuten ungefähr. Wir haben geführt, zwar durch eine dumme Aktion vom Gegner, aber letztendlich auch nicht unverdient. Wir haben gut verteidigt, haben die vielen Angriffswellen, die von St. Pauli kamen, gut gegengehalten, haben die eigentlich weitestgehend abgewehrt. Letztendlich kriegen wir in erster Linie durch individuelle Fehler vier Gegentore, was natürlich sehr bitter ist. Und dann gehen wir mit 4-1 nach Hause im eigenen Stadion, ist absolut bitter und das wollen wir nächstes Mal besser machen auf jeden Fall. Ich habe schon öfters zweimal getroffen im Spiel, also es ist halt nichts Besonderes. Also ich finde es nur halt wichtiger, dass wir die drei Punkte hier geholt haben gegen Noah Schitt ist ein Derby, ein kleines Derby jetzt. Und ja, wir wollen auf jeden Fall da weitermachen gegen HSV, genau die gleiche Leistung, die gleiche Aggressivität. Und ja.